Ja hallo und herzlich willkommen bei D wie Dividende, dem Kanal für alle Einkommensinvestoren und die, die es werden wollen. In meinem heutigen Videobeitrag möchte ich eine Sammelanlage vorstellen, mit der Privatanleger breit gestreut in Business Development Companies investieren können. Business Development Companies oder auch BDCs sind speziell regulierte und ausschließlich in den USA ansässige Unternehmen. Im Wesentlichen lassen sich BDCs als Mischung aus Kreditinstitut, Private Equity Fonds und Unternehmensberatung klassifizieren. Also sie finanzieren überwiegend mittelständische, nicht börsennotierte Unternehmen und wirken aktiv auf das Management ein. Die Umsätze von BDCs bestehen somit überwiegend aus Zinsen, aber auch aus Veräußerungsgewinnen und Abrechnungen für die Beratungsleistungen. Mit der Entscheidung als BDC reguliert zu werden, gehen Privilegien aber auch Pflichten einher. Zum Beispiel müssen BDCs in ihrem Beteiligungsportfolio eine Mindestdiversifikation einhalten und mindestens 90% ihres besteuerbaren Jahresüberschusses an die Investoren weiterleiten. Des Weiteren sind BDCs in ihrem Kredithebel eingeschränkt, denn 2 Dollar Fremdkapital müssen mit mindestens 1 Dollar Eigenkapital hinterlegt sein. Aber auch zur Beratung des Managements sind BDCs verpflichtet, was sie von klassischen Fonds unterscheidet. Solange diese und weitere Punkte eingehalten werden, sind alle Gewinne auf BDC-Ebene steuerfrei, was gerade im Vergleich zu einer klassischen Bank ein großer Vorteil ist. Da das Investieren in nicht börsennotierte Unternehmen in der Regel riskant ist, lohnt es sich nicht nur innerhalb einer BDC zu diversifizieren, sondern auch über die gesamte Branche. Denn BDC ist nicht gleich BDC. Eine Sammelanlage, mit der Anleger diese Branche breit abdecken können, ist der First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund. Dieser im Jahr 2007 aufgelegte Closed End Fund, oder auch kurz CF, hat das Ziel, den Anteilseignern ein möglichst positives Gesamtergebnis zu bieten, mit Fokus auf hohen Ausstürungen. Insgesamt befinden sich 23 BDCs im Portfolio des Fonds, was knapp der Hälfte der gelisteten BDCs entspricht. Da das Portfolio, dem Sektor geschuldet, doch recht kompakt ist, möchte ich an dieser Stelle alle enthaltenen Positionen benennen. Die Positionen sind nach Alphabet und nicht nach Gewichtung sortiert. Alcentra Capital Apollo Investment Ares Capital Bain Capital Specialty Finance Barings BDC BlackRock Capital Investment BlackRock TCP Capital Capital Southwest CM Finance Goldman Sachs BDC Golub Capital BDC Hercules Capital Main Street Capital Medley Capital New Mountain Finance OFS Capital Penand Park Floating Rate Penand Park Investment Portman Ridge Finance Solar Capital Stellus Capital Investment TPG Specialty Lending Triple Point Venture Growth Da es ja ein Specialty Finance Fonds ist, sind nicht nur BDCs enthalten, sondern gut 10% des Vermögens entfallen auf Mortgage Rights. Also spezielle Investment Gesellschaften mit ebenfalls sehr attraktiven Ausstürzungsrenditen. Das Management hat sich dazu entschieden, folgende Mortgage Rights dem Portfolio beizumischen. Annaly Capital Management Annaly Capital Management Annaly Capital Management Capstead Mortgage ishi Jibbrand Annaly Capital値 Annaly Capital Annalyreibtgi Exklusive der Zinsen für das Fremdkapital Amaliy Kompanuar stock Hoffnung W Service St Ant org Komplett Wie kritisch ManBLEジェhe ich noch einmal das Verhältnis zwischen BDCs und Mortgage Rights im Fondsportfolio. Die Ausschüttungs- und Kurshistorie ist seit 2010 verhältnismäßig konstant. Zuvor ging es bedingt durch den Fokus auf kleinere Unternehmen bei BDCs und Mortgage Backed Securities bei den Mortgage Rights, die mit Auslöser der Finanzkrise waren, deutlich runter. In der nächsten größeren Krise würde ich hier zwar mehr Volatilität als bei einem marktbreiten ETF erwarten, allerdings gehe ich nicht von so einem massiven Absturz wie in der Finanzkrise aus, die immerhin eine der schwersten Krisen seit Jahrzehnten war. Außerdem hat sich im Sektor der BDCs und Mortgage Rights viel getan und man ist allgemein breiter aufgestellt. Zuletzt gab es eine Dividendenkürzung, die die Ausschüttungsrendite des Fonds von über 11 auf gut 9% gesenkt hat. Die Ausschüttungen des Fonds waren zwar zuvor deutlich von den eingenommenen Dividenden gedeckt, allerdings hätten die Kosten den NAV Stück für Stück aufgezehrt, da BDCs und Mortgage Rights ja nicht gerade Kursraketen sind. Das aktuelle Ausschüttungsniveau halte ich für nachhaltig und auch taktisch klug von First Trust, die bereits mit mehreren Fonds bewiesen haben, dass sie Werte für Investoren schaffen können. Im Falle steigender Zinsspreads für Mortgage Rights oder günstigeren Refinanzierungsbedingungen des Fonds, was ja beides aktuell absehbar ist, durch die Zinssenkungen, könnte ich mir aber allerdings auch wieder steigende Zahlungen vorstellen. Abschließend lässt sich sagen, dass dieser Fonds eine geeignete Sammelanlage für Einkommensinvestoren ist, die relativ breit in hoch ausschüttende BDCs und Mortgage Schweiz investieren wollen. Dieser Fonds ist zumindest bei kleineren zu investierenden Summen einzelnen Positionen klar vorzuziehen, da Einzelwertrisiken gerade hier häufig unterschätzt werden und auch Platzhirsche wie Main Street Capital ins Straucheln geraten könnten, wenn das Management Fehler macht. Aber auch allein ein Absinken von Main Street Capitals Kurs auf den NAV wäre ein Riesenverlust. Eine Gewichtung des Fonds könnte ich mir mit bis zu 5% vorstellen, als klar offensiver Part eines Hochdividendenportfolios. Anteile des First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Funds können mit dem Kürzel FGB über die New York Stock Exchange erworben werden. Für alle, die noch auf der Suche nach einem passenden Broker sind, besteht bei Eröffnung eines Depots bei CapTrader aktuell die Möglichkeit, exklusive Einblicke in mein Realdepot zu erhalten. Der Link dafür befindet sich selbstverständlich in der Videobeschreibung. So, das Ganze war jetzt selbstverständlich keine Anlage, Steuer- oder Rechtsberatung und jegliche Aussagen im Video geben lediglich meine persönliche Meinung wider. Für jegliche Schäden, die aus der Nutzung der von mir gegebenen Informationen entstehen, kann selbstverständlich keine Haftung übernommen werden. Viel Spaß beim Dividendenvereinnahmen und ein glückliches Händchen beim Investieren. Euer Anton von D wie Dividende.